Das spricht heute, wie gesagt, die von der Leyen über eine vernetzte Sicherheit. Ihr wisst ja, die Bundesregierung will 2% ihren Rüstungsgetag hochfahren, weil der Trump meint, man braucht eine ganz starke NATO. Da gibt es Dissens in der Regierung. Das wird ein spannendes Thema in dem Bundestagswahlkampf. Die Aufrüstung, und gestern hatte ich ja schon die Möglichkeit, eine Pressekonferenz, den Krauter und den Obermann zu fragen. Die sind ganz unterschiedlicher Meinung, weil Sicherheit ist eine soziale Sicherheit. Deswegen bin ich in dem Ausschuss, da kann man sie mit ihr diskutieren. Den Alt haben wir übrigens untergebracht in der Landesvertretung der Baden-Württemberg, da übernachtet er. Das ist eine gute Übernachtungsmöglichkeit, übrigens nicht teuer, für Fahrten, auch mit 60 Euro. Und da ist man mal im Ländle und ist gar nicht so schlecht für Sachen. Wir konnten es diesmal ja nicht dort hinlegen, weil die Termine schon belegt waren. Aber wir dürfen ja ruhig unsere Landesregierung da in Anspruch nehmen. Und eigentlich müssen sie es finanzieren. Da müssen wir noch kommen, dass wir eigentlich unser Engagement, wir das auch steuerlich absetzen können hier, oder? Das ist ja aus dem Bürger, das ist ja eigentlich Engagement für den Staat. Die machen Unsinn und verbaten unser Geld und wir zahlen alles aus eigener Tasche. Das muss man auch dem Bundespräsidenten mal als erster Punkt mitgeben. Also falls die Möglichkeit da ist, du hast sie angesprochen, Eisenhardt, dass ein Bürgerpräsident genau das Thema, was wir machen über Jahre. Es gibt ja kaum eine Bewegung, muss man mal sagen, die jeden Montag in dieser Kontinuität dasteht und an dem Thema dran bleibt. Und das Schöne finde ich, dass die Bürgerinnen und Bürger gewachsen sind. Sie interessieren sich für alles. Merkt man ja in Stuttgart, was passiert. Also dieser Anstoß mit dem Bahnhof hat dazu geführt, dass politisches Bewusstsein gestiegen ist, sich verantwortlich zu führen, was in dieser Gesellschaft vor sich geht. Und der neue Bundespräsident kann ja nur, Gauck hat es ja auch mit tun, sich das Wünschen, dieses Einmischen, dieses Mitwirken. Und das werden wir eben auch deutlich machen, dass es keine Sonntagsreden sind, sondern wir praktizieren das. Und deswegen ist es gut, wenn wir nachher noch drüben ein Zeichen setzen. Das war es von meiner Seite aus. Und ich würde sagen, damit können wir es auch gelassen. Wir sind kurz vor zehn, wenn es keine Meldung mehr gibt. Dann nützen wir den Tag in Berlin, lädt zu vielem ein. Wir haben sogar ein bisschen Glück mit dem Wetter, dass es trocken bleibt. Und nützt Berlin. Wir können auch eine Bootsfahrt machen und sonst würden wir es immer gut und dort auch demonstrieren. Also, bis später. Der Andi übernimmt es dann.